Stefan! Graben! Züüüüü! Ich ruf mal direkt den Boss an. Ja, ich bin voll verliebt. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Sentenser. Ich bin sicher, Ihnen wird es gleich noch viel besser gehen, wenn wir uns treffen. Könnte möglich sein. Kennt ihr den Film Pirates of the Caribbean? Dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm. Nein! Herr Graf, sind Sie noch da? Selbstverständlich! Ich lausche still Ihren Worten. Wo wollen wir uns treffen, Herr Sentenser? Ich habe gestern eine Mitteilung bekommen. Der sogenannte Werftverbrecher-Pirat Jack Barrow hat sich auf den Weg gemacht, die europäischen Gewässer zu bewegen und hat tatsächlich ein Schiff gekapert. Heute kommt eine Fähre nach Dortmund. Ich verstehe. Es könnte möglich sein, dass wir einsatzmäßig die Einfuhr der Fähre schwerst bewachen müssen, weil der Sparrow immer noch in europäischen Gewässern unterwirft. Ich verstehe. Die Ware... Larry, ich hab dir gesagt, McDonalds ist nicht gut für dich. Was soll denn das? ... ist von einem unschätzbaren Wert... Ja. Ja. Und ähm... Ich muss... Ich bin gezwungen, den Termin mit uns aufzuschieben. Ich vergesse es aber nicht. Okay. Herr Sentenser, dann machen wir es doch so. Sie kümmern sich mal um die Porno-Heftchen von Herr Hort, die da wohl ankommen. Und ich warte einfach auf Ihren Anruf. Herr Grapp, ich danke Ihnen viermal für Ihr Verständnis. Na klar. Wenn die Seiten kleben, legen Sie die Teile besser wieder weg. Ich spreche aus Erfahrung. Das glaube ich Ihnen. Ich rufe den jetzt an, okay? Ja, perfekt. Herr Sentenser? Mahatma Baudi, hi! Sag mal, Sentenser, wir müssen uns heute sehen, ne? Jaja, der steht neben mir. Der hat mir schon erzählt, dass er mit dir telefoniert hat. Aber ich wollte noch mal fragen, ob ich auch kommen darf. Ja, weil ich kommen will. Ich kann ein bisschen unten rumkraulen. Dann geht das. Geil. Ja, okay. Wir kommen dann jetzt gleich, ja? Ein Auto da? Holy Shit! Was ist das denn für ein wilder Hengst? Rann zu dem Typ. So, Bewerbung. Neue Bewerbung. Schön drauf. Polizeianwärter. Lebenslauf. Ja. Ich habe einfach eine Bewerbung geschrieben. Hallo, Herr Polizeipräsident. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Bla, bla, bla. Papa, ich bin hier, weil ich möchte das. Was geht denn jetzt ab? Hallo. Was geht denn hier ab? Schönen guten Tag. Wer bist du, Penderro denn? Oh, Jesus. Also, eigentlich heiße ich nicht Penderro, sondern Stefan Grab. Ich grüße Sie. Ähm, Hermano, eigentlich hast du gleich ein Messer an deinen Reppen. Warum denn jetzt auch ein Messer im Rücken? Was geht denn hier ab? Nicht im Rücken, Hermano. In den Reppen. Grüße Sie, Herr Mr. Bitcoin. Ne stabile Bauchmuskulatur haben Sie, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe mal mit meinen Bauchmuskeln jemanden ermordet. Wenn Gangster in die Arbeitsamt kommt, ist das cool. Was machst du hier? Die fahren Opel. Kein Audi. Ja, aber was macht die hier? Oh Gott. Was? Äh, Stitches for Stitches oder so. Okay, hast du schon Bewerbung geschrieben? Nein. Nein, ich war gerade damit beschäftigt, nicht in die Blutlache hier zu treten. Moment. Okay, ich trete extra rein. So, neue Bewerbung. Polizeianwärter. Sehr geehrter Herr Polizei Präsident Ort. Eine Ewigkeit später. Herzliche Grüße Stefan Grab. Mann, Sie haben ja echt rattenscharfe Augen. Vielen Dank. Glaubst du, dass ein Sender als Rad nicht funkt? Wenn wir wieder ankommen. Heilige Scheiße. Geht's Ihnen gut oder haben Sie den Spielzeugroboter von Ihrer Tochter verschluckt? Ich bin einfach traurig. Ich bin einfach zur Polizei. Und keiner ist da, der mir helfen kann, ja. Oh Scheiße, der sieht ja aus wie meine Mutter. Tschüss, schon wieder der Indermann. Hey, was soll denn das heißen? Luffy. Bringt aber auch nichts. Warum zum F*** der Typ flossen? Alter, zehn Leute sind... Woher? Luffy, was machst du so? Guck mal. Ja, mein Mann, du... Hey. Ach, du Scheiße. Hey, Luffy, Alter. Randa, Alter, Randa. Ja, der hat vielleicht ganz das Besten aus. Pia. Hm. Ich hoffe, du überlegst es dir nochmal. Ja, Luffy, ganz schön schön aus, Mann. Überlegst du, ich hab ne lebensmäßig... Jo, hey. Hat noch jemand Lust auf Bahamas Mamas hier? Sketches. Was? Was? Habt ihr Lust auf Bahamas Mamas? Was geht? Bratan. Ich will keine behaarte Mama. Heilige Scheiße. Nobby. Ja, ich bin Nobby. Das ist ja echt ne geile Kiste. Wow. Na dann. Wow. Wow. Krasser Scheiß. Oh. 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 Holy shit. Wow. F***. Wanna, if you know, if you keep it Tokyo. Was denn für is. Oh. Oh. Hehehe. Oh. 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 Ja, alles fit, ne? freund ich wollte jetzt zu den lilan fernsehen und ich wollte den tito reden möchte ja die machen jetzt gleich und wollt ihr mitkommen ich habe ein bisschen angst aber ihr müsst euch benehmen ja hey luisa wo seid ihr denn hallo chito norbert hat ein paar freunde mitgebracht sollen die mit hoch oder unten warten so jungs kommt einmal klettern hoch hier ja genau nicht alleine hin ist gefährlich sind das geht ab jetzt hier so oder jaja hier also jungs was hier besprochen wird das bleibt unter uns macht mal stefan und du vier ich weiß nicht ob ich hatte halt das gefühl ich wollte doch erst mit zern reden dass du mich vielleicht nicht machst oder so und da wollte ich dich einfach fragen noch mal einen grund warum ich mögen sollte naja also ich mag ja auch nur weil also ich weiß ja nicht wie du das machst aber ich hasse ja nicht jeden den ich nicht kenne weil ich so okay dann sagt mir warum sollte ich dich hassen naja du hast alle letztes mal umgebracht mit denen ich war es ist mir scheißegal wenn es wenn mir hier einer auf den sack geht dann f*** ich diese person so dann kam das mit rick du kannst mit meinen leuten gerne abhängen habe ich kein problem mit nur ich bitte dich nicht einfach auf dem anwesen drauf zu kommen und nicht einfach hier rumzuschauen ja okay alles klar hätte du bist doch gar nicht so gemein wie ich dachte habe ich ja gesagt nur wer ja das hast du gesagt hört sich lieber nie sagt ja falscher zerretten falschen ort mag dich aber ja ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig nur wer der piste ich doofy lander buch vor allem ja ich habe ich habe eine line aber ich weiß ob ich dafür fresse bekommen hätte wie findest du die ja sag mal dofi der g mit dem staubsauger ogs ausbildung bei hogwarts die zauberer muss ich ein bisschen musik anmachen ja ich habe musik mit mir ja eine platine betriebs ja 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 Dann musst du mir nachher mal auf ein paar Outsch sagen.